hallo ich bin der florian bin seit februar 2022 anerkannter laxbox master trainer ich komme aus dem wunderschönen gängbach im schwarzwald mich da ich bis dato sehr viel erreicht habe und vor allem auch das was ich mir bis jetzt vorgenommen natürlich hinterm klavier dafür kriege ich mich sehr gerne um ein bisschen experimentieren und meine songs zu schreiben und da bewege ich mich sehr gern und fühle mich auch sehr sehr wohl für alle die die sich für stimme interessieren die probleme mit ihrer stimme haben die einfach von mir gern gecoacht werden wollen und in kurzer zeit auch erfolge sehen wollen wenn für ganz viele sachen dankbar aber in erster linie natürlich für meine familie bin ich sehr dankbar dass die so hinter mir steht und dann natürlich auch bin ich mir selber dankbar dass ich den mut gehabt habe musiker zu werden und eben auch laxbox master trainer ja klar es sieht recht simpel und einfach aus einfach so in der wasserflasche rein zu blubbern allerdings steckt da sehr sehr viel mehr dahinter und man kann wenn man weiß wie recht schnell gute stimmziele erreiche und deswegen ist ganz klar dass man das eigentlich auch nur bei einem dachs box master trainer bekommt das schreit sprager ja 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 ja